Bewegung hier vorne, hier ist auch Munition für dich. Ich seh's auf der Karte. Panzer fährt in deine Richtung, an dir gleich vorbei an der Straße, mach dich fertig. Hecktreffer wählen, Hecktreffer wählen, Hecktreffer wählen. Feinde Higani, akkurat auf Baker Marker. Panzer begibt sich Richtung Süden in der Unterführung, komm hier vorne hin, Munition, Munition holen hier vorne. Auf dem Weg. MGB schießt mich, muss heilen. Rauch kommt. Danke. Zeig dir die Feuerlinie, die ihr da vorne habt. Ich weiß ja nicht, sollte nicht EZ auch noch zurück in die Defense? Habe ich ja nicht Bock. Weil aktuell halten wir das hier nicht mehr lange allein. Weiter so. Sehr schön. Ich kann mal nach hinten kommen. Ja, EZ kommt du noch mal. Aber wer hat da einen Aufregungspot? Ich muss den Panzer nicht jagen. Ankerb-Durchstützung kommt auf. Okay, wir kommen zurück. Das soll Druck machen, Druck machen wir rauf auf Bahnhof. Ne, weil wir bekommen ja auch noch Atellerie-Beschuss hinein. Also die Feinde sind nördlich und östlich von Schiene. Achtung, südöstlich ist noch Kontakt. Ja, einen ausgeschaltet. Ja, okay. Die Feinde wissen, wo unsere Ghani ist und schießen dort in Sekundentakt mit der Artie rein. Commander, kannst du vielleicht mal verstärken, Schieneberg? Der kann gesuchen, der kann gesuchen. Ich schalte das AG aus. Ja, bin ich rechtzeitig spawnen. Panzer, Panzer, schau du mal, dass du ein Fazio ist. Also das verlieren wir hinten jetzt. Da waren zu wenig Leute da. Ja, die haben uns aber auch dafür ganz schön überrannt. Ja, ein Sport allein reicht, wenn der Defense nicht mit zwei angreifen. Letzter Feindkontakt auf pink. Stimmt. Wohl wahr. Feind gar nicht abgebaut. Ja, schaut mal. Es sind nur drei Leute im Hardcap. Wenn Baker und der Panzer dort jetzt drin bleiben, dann sollten wir das eigentlich wiederbekommen. Los Leute, rein ins Hardcap. Shit, das war knapp. Okay, wir fahren zurück. Allemann zurückfahren wieder, Schienenübergang. Regenugierang. Im Hardcap. Untertitelung des ZDF, 2020